Ja, wir haben hier im Kanal ja schon so einiges getestet, aber was wir noch nie getestet haben, weil es einfach langweilig ist, sind SD-Karten. Aber ich habe eine kleine Dummheit gemacht und mir eine neue Kamera gekauft. Machen wir dann vielleicht auch mal noch ein Video dazu, die nur SD-Karten unterstützt, weil ich verwende bei meinen großen Sonys ja CF-Express-Karten. Auf jeden Fall, ich musste eine neue SD-Karten kaufen bei Amazon und dann habe ich mir gedacht, komm, das verbindest du gleich mit einem Test und machst was Nützliches draus. und ein bisschen Lokalpatriotismus. Ja, schaut mal, was ich mir gekauft habe. Eine Angelbird-SD-Karte. Warum? Erstens, weil sie bei Profis anscheinend sehr beliebt sind, mindestens sagt mir das Marketing die ganze Zeit. Ich sehe da immer, dass die, die anscheinend diese verwenden. Kann ich ja nicht beurteilen, ich bin ja kein Profi. Aber, was ich eben auch weiß, Angelbird ist aus Dornbirn die Firma. Jawohl, aus Österreich und eben direkt an der Landesgrenze der Schweiz. Wir sind da jeweils auch vorbeigefahren, wenn wir nach Fellkirch ans Poolbar-Festival gegangen sind. Ja, ich war lange Zeit DJ und unter anderem auch am Poolbar-Festival in Fellkirch. Und dann dachte ich mir, komm, ich habe ein bisschen geguckt, was es so alles für SD-Karten gibt, die die Standards erfüllen, die ich da brauche für diese Kamera. Normalerweise habe ich einfach immer so super preiswerte Dinger, diese Lexa-Dinger habe ich für alles. Und dann dachte ich, komm, das ist jetzt die Gelegenheit. Kaufst du dir mal eine von diesen Angelbird-Karten? Mal schauen, ob die sich irgendwie besser anfühlen, ob die besser sind als andere und ob ich als 0815-Nutzern einen Unterschied merke. Ja, ich hatte einmal eine sehr, sehr teure SD-Karte, die ich mir gekauft habe, so eine Sony-Tuff-SD-Karte, die war unglaublich toll, die war aus Metall, hat super gehalten. Dummerweise habe ich die mal in einem Testgerät vergessen, was ich wieder zurückgeschickt habe und die war dann futsch. Also, ich weiß gar nicht mehr, die ist eine 128er und gekostet hat sie mich rund, ich würde sagen, etwa 160 Euro habe ich dafür bezahlt. Also schauen wir mal, was ich dafür mein Geld bekommen habe. Was die Nachbarn da aus Österreich so machen. Haben wir hier schon mal ein Gerät aus Österreich getestet eigentlich? Weil Österreich geht immer ein bisschen vergessen. Wenn man selber aus einem kleinen Land kommt, vergisst man das andere kleine Land, was auch im selben Sprachraum ist, immer mal wieder. Von Lichtenstein sprechen wir jetzt gar nicht. Was kommt da schon mal mit so einem Schaumstoffflummel? Kommt die Karte. Was kommt noch? Oh, ganz viel Papier haben sie auch noch dabei. Warranty Service Card. Pro Hack. Experience. Make sure your media and camera or recorded firmware is up to date. Naja. Oh, und einen gratis Videokurs kriege ich. Als hätten sie es gewusst, dass ich nie einen Videokurs besucht habe und hier einfach wild drauf losmache. Aber wir wollen ja die Karte sehen. Ist die irgendwie anders? Ist sie ähnlich hochwertig wie die von Sony, die ich hatte? Jetzt müssen wir mal die Dose aufkriegen. Meine ist auch aus Plastik, wie die von Sony. Da kochen sie auch nur mit Wasser. Das Gute ist, sie hat nicht nur so ein Kleberli drauf, wie es andere machen. Aber ansonsten wüsste man es nicht, würde man nicht sagen, dass die da irgendwie spezieller sind als andere. Aber mal schauen. Und ich werde es jetzt im Alltag ein bisschen testen und melde mich dann wieder im Teil 2 des Videos und sage dann, ich habe nichts bemerkt. Nein, mal schauen. Ich hoffe doch, ich bemerke was. Aber mal schauen. Ja, bin ich jetzt auch gespannt. Merke ich einen Unterschied oder merke ich keinen? Des Kaisers neue Kleider. Also, bis gerade. Ja, und da bin ich wieder mit dem langweiligsten Fazit aller Zeiten. Ich habe es im ersten Teil des Videos ja schon vermutet. Ich habe im Alltag nichts bemerkt, was irgendwie auch nur ein Hauch von außergewöhnlich oder irgendwas gewesen wäre. Welche ist es? Ich spüre es ja nicht mal von Hand, wenn ich es in die Hand nehme, welche welche ist. Aber die da ist es natürlich, die Angelbird-Karte. Die teuerste hier im Sortiment und auch die schnellste. Und das alles Entscheidende an dem Ding, es hat einfach funktioniert. Werde ich mir jetzt künftige nur noch Angelbird-Karten kaufen? Ich weiß ja nicht. Meistens brauche ich ja auch nicht so schnelle. Die brauche ich jetzt wirklich in erster Linie für diese Kamera hier. Das ist die Sony E1. Und die kann, was meine deutlich teurere Sony S3, A7 S3, kann die da vorne jetzt gerade filmen. Nämlich Zeitlupe in sehr, sehr hoher Qualität. Und da braucht man eine sehr, sehr schnelle Karte. Darum habe ich mir die Angelbird gekauft. Ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn ich da die Karte reinmache, die ich normalerweise verwende. Die viel günstigere. Und machen wir in Zeitlupe und flup. Cannot record in this record setting. Switch to a memory card. Higher than. Ja, und so weiter und so fort. Ja, die Karte ist einfach zu langsam. Darum brauchte ich die schnelle Karte von Angelbird. Und die macht genau, was sie soll. Ansonsten haptisch oder irgendwas, habe ich wirklich nichts festgestellt. Aber da bin ich das hier nicht ganz so langweilig. Vielleicht hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Weil mir wirklich nichts aufgefallen ist im Alltag. Macht einfach, was es soll. Und ansonsten, tja, habe ich noch schnell das Blackmagic Benchmark-Tool angeworfen. Ja, so verzweifelt war ich, dass ich sogar einen Benchmark gemacht habe. Nein, ich wollte mal schauen, wie ist das wirklich so mit dem Tempo. Und ich habe erst da meine SD-Karte, die ich normalerweise für Fotos verwende, durchgelassen. Und die ist, ja, ich nutze die hin und wieder, wenn ich nicht aufpasse, auch für Videos. Und dann nerve ich mich, dass es so lange dauert, bis man ausgelesen hat. Die Daten aus dem Benchmark zeigen es. Dann habe ich da die Lexa genommen, die ich sonst jeweils für die Videos verwende, wenn ich halt nicht hoch auf, oder Zeitlupe in sehr, sehr hoher Qualität haben möchte. Die ist dann schon merklich schneller. Und die Angelbird habe ich am Schluss noch durchrasseln lassen. Und ja, die ist natürlich dann deutlich schneller. Merke ich in meinem Alltag, ja, wenn ich auslese, merke ich es ein bisschen vielleicht, kann man sagen. Aber meistens, da habe ich ja Zeit, das ist das Gute an Final Cut, egal ob auf dem iPad oder auf dem Mac. Man kann ja die Daten einlesen und schon mal anfangen zu arbeiten. Darum merke ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, bis eine SD-Karte rübergespeichert ist. Nein, ich glaube, das war der erste und gleichzeitig letzte Test einer SD-Karte hier im Kanal. Was ihr noch Fragen habt, immer her damit. Damit, ich versuche die so gut wie möglich zu beantworten, falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, jetzt sind wir so lange dran geblieben und Raphael hat nichts wirklich rausgefunden. Daumen nach unten. Ja, aber immerhin haben wir jetzt mal eine getestet. Und falls jetzt jemand schreibt, ich kaufe nur noch Angelbird-Karten, unbedingt in die Kommentare damit. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Vielleicht habt ihr ja wirklich Erfahrungen gemacht, wo sich das irgendwie ausgezahlt hat. Oder vielleicht schreibt auch jemand, was mir auch aufgefallen ist, kommt nicht so drauf an, welche, das man verwendet. Aber ab in die Kommentare damit, falls ihr weitere Videos sehen wollt, wo es dann hoffentlich wieder ein bisschen spannender ist. Abo abschließen und dann sehen wir uns hoffentlich schon bald in einem von diesen Videos. Abo abschließen und dann sehen wir uns hoffentlich wieder ein paar Videos. wie gesagt, wir sehen uns. Wie anrufe sehen uns.